Ich spiele weiter. Ah, nur entspannt, ganz entspannt. Und wir wollten uns ja eigentlich hier Dinge anschauen. Also hier, das ist die Dampfmaschinenfabrik. Aber eigentlich wollte ich euch zeigen, wie wir Glühbirnen herstellen. Die fahren wie die Henker hier. Was ist das hier? Ja, hier werden die Kohlefäden hergestellt. Für die Glühbirnen. Und heutzutage werden die Glühbirnen schon wieder aussortiert. Von der EU verboten. Ist nicht effizient genug. Verstehe ich gar nicht. Angeblich wären andere Glühlampen irgendwie effizienter. Also ich finde persönlich, gerade im Winter, wenn ich meine Wohnung heizen will und gleichzeitig noch Licht haben möchte, habe ich immer eine große Batterie von 20 Glühbirnen an der Decke. Die schraube ich dann alle an. Wird die Wohnung muckelig warm. Durch die Abwärme. Und außerdem, ja. Mancher benutze ich sogar, ich habe sogar ein paar Glühbirnen noch. Mancher benutze ich sogar 25 Glühbirnen im Winter. Und die fünf übrigen, damit berate ich mir dann Fischstäbchen. Also ich weiß, ihr wundert euch jetzt, wie kommt der junge Mann auf Fischstäbchen. Aber im Winter habe ich meinen Heißhunger auf Fischstäbchen. Und dann wird die Energie von den fünf anderen Glühbirnen, also die hänge ich dann teilweise über die Pfanne und dann werden die auch mit der Panade von unten ein bisschen warm. Die hat selber nur auf halbe Temperatur gestellt. Und dann backen die von oben durch die Glühbirnen. Dann kommt die Hitze von zwei Seiten. Dann schmecken die Glühbirnen. Die Fischstäbchen noch leckerer. Kleiner Profi-Koch-Tipp von WB. Gerne geschehen. Sehr gerne. Also ich verstehe gar nicht, warum die verboten worden sind. Das sind für mich typische Allrounder unter Allzweck. Produkte der Industrialisierung Glühbirnen. Die kann man für so viele verschiedene Dinge benutzen. Kann man auch benutzen als Wachanlage zum Wachschutz. Damit man vor Einbrechern keine Angst haben muss. Einfach ein paar Glühbirnen hinlegen, hinstreuen in der Nacht vor die Eingangstür. Oder vor die Fenster. Wenn die Einbrecher durch die Fenster krakeln, treten rauf, hört man laut knallen. Ja, kann man vielseitig verwenden. Hier lernt man fürs Leben gerne geschehen. Ja, das ist sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Also hier werden die Glühfäden hergestellt. Ja, hier wird Kohle geschippt für die Glühfädenfabrik und irgendwo ist die Glühlampenfabrik. Nach wo ist die denn? Wo haben wir die denn hingestellt? Die muss doch um die Ecke sein. Ist das die hier? Ist das die Glühlampenfabrik? Hier wird Stahl hergestellt. Die Stahlbarren, die wir brauchen. Für alles und jedes. Eine kleine Seitenstraße. Wo führt die denn hin? Glühbirnen überall. Hier oben auch. Aus den Lampen kommt auch Glühbirnenlicht raus. Alles gut. Hier werden die Stahlbarren hergestellt. Wo ist denn unsere Glühlampenfabrik? Können wir die mal... Ach, das sieht ja auch hübsch aus hier. Schäflein im Vordergrund. Sehr poetisch. Wo ist denn die Glühbirnenfabrik? Das ist hier, ne? Das ist die Glühbirnenfabrik. Aber wir standen direkt davor und haben sie nicht gesehen. Das war die Fensterfabrik. Das war die Glashütte. Das ist die Glühfädenfabrik. Ach, ich bin zu weit gelaufen. Ich bin am Gebäude vorbeigelaufen. Da vorne ist sie. Wer stand direkt davor? Das ist sie. Da werden unsere Glühbirnen produziert. Vielleicht können wir einen Blick werfen auf die Produktion. Hier kommen die Glühfäden an. Ja, natürlich brennt hier auch Tag ein, Tag aus Licht aus den Glühbirnen. Weil die Fabrikanten ja auch der Welt zeigen möchten, was sie für ein exquisites Produkt vertreiben. Nein, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass der Arbeitsschutz bei mir nicht eingehalten wird. Die Arbeiter, die tragen freiwillig etwas zu viel auf dem Rücken, sodass die die ganze Zeit über mit grobem Buckel laufen müssen, weil die, die werden nicht gezwungen, also zu viel zu tragen, sondern die machen das freiwillig, weil sie wissen, dass nach jedem Berg auch ein Tal kommt, nach jeder Nacht auch Sonnenschein. Lass uns mal in der neuen Welt weitergucken, wie es den Menschen da geht. Die werden noch nicht ausgebeutet. Da ist alles gut. Also das funktioniert. Also alles bestens aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Das hier vorne sind unsere Ingenieure. Jetzt kommt das Stufen-Upgrade zu den Investoren, bitte. Taschenuhren noch nicht. Wenn genug Gold da ist, starten die dann die Bankhäuser. Taschenuhren-Check, haben wir Gold da. Und dieses Gold ist mir gerade da. Und Gold wird importiert aus der neuen Welt. Blick ins Kontur. Goldvorräte, 59 Gold da. Wir können anfangen, wir können loslegen. Es sind allerdings auch Schiffe da, die wir noch nicht entladen haben, glaube ich. Ja, die Südsee bringt Unmengen an Baumwollstoff vorbei. Sehr schön. Klasse. Fein. Ein Schiffchen packen wir mal in der neuen Welt. Das kann nie schaden. Die Kondor wartet auf Expeditionen. Die Abenteuer hier vorne kann ein bisschen Steine entladen. Unser Flaggschiff und bitte wieder zurückgondeln hierhin. Also Gold ist da. Das heißt, wir können jetzt beginnen mit der Produktion von Taschenuhren. Für die Zufriedenheit unserer Investoren. Wir brauchen als erstes eine Goldschmelze. Kohle sollte auch genug da sein. Glas. Produktion haben wir gerade gesteigert. Müssen wir vielleicht nochmal Zacken drauflegen. Eine Goldschmelze bitte. 125 Ingenieure. Kein Ding. Wo stellen wir die hin? Irgendwo da, wo Strom ist. Das heißt, Strom war... Hier ist auch noch ein Strom-Eckchen. Bis hier hin. Wir packen mal die Schärferei woanders hin. Die ist hier echt verschenkt. Sieht zwar hübsch aus, ist aber verschenkt. Oder läuft die mit Strom schneller? Nee, nimmer. Das ist doch... Nee, nee, komm. Die stellen wir hier mal weg. Hier in der Mitte hin dazu. Einmal drehen. Ach, das wird eng. Einmal so. Was klingt das hier? Tanks. Ein Scharf... Oh, 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 oh. Ein Scharf-Pferch bitte. Das machen wir ein bisschen anders hier. Das lösen wir anders. Einige Felder könnten helfen. Einmal hierhin. Einmal... Drei reichen. Geh die Straße runter. Das sieht erschrecklich aus. Ja, total doof aus. Ein Baum und ein anderer mal weiter zu. So geht schon mal. Das ist schon mal ein Anfang. Ein paar Bäumchen noch daneben. Gerne ein paar Apfelbäumchen. Ein paar große Bäume herkommen. Einmal hierhin. Obwohl, wie kommen die denn an den Bäumen vorbei? Zu den anderen Schafspferchen? Äh, ich weiß es gerade auch nicht. Über Wege, über Gras. Über das Gras können die rüber laufen. So geht's. Das sieht so romantisch aus. So kann man arbeiten. Das sieht sogar hübsch aus hier. Ja, wir geben dir noch ein bisschen Wasser für die Schafe. Jetzt kommt hier oben die Goldschmelze hin. Alles für die Taschenuhr. Ein paar ist die klein. Die ist ja winzig. Die passt hier überall hin. Wenn ich das geahnt hätte. Da passen würde ich lieber ein großes Gebäude nachher reinsetzen. Warum kann man denn da nichts hinsetzen? Ach, weil das manuell gesetzte Laupebäume sind. Dann wollen wir die auch mal manuell wieder entfernen. Ich pflanze nachher neu. Bitte nicht schreien. Erst, erst mal hier hin. Dann setzen wir die Goldschmelze, puzzeln wir dann hier hin. Hier kommen wir noch rauf und noch andere Sachen mit Strom anschließen. Und hier setzen wir nachher irgendwas anderes hin. Eine Goldschmelze. Jetzt kommt die Uhrenwerkstatt. Ich brauche da auch Strom. Die stellen wir direkt daneben hin. Die wird allerdings erst mal pausiert. Die ist nämlich schweideteuer und du brauchst erst mal das ganze Zeug hier. Ich stelle erst mal ein paar Goldbarren auf Vorrat her. Es bildet sich bereits eine Staubschicht. Jetzt die Frage, ob wir immer noch inselweit genug Gold herstellen und genug Kohle. Gold garantiert. Über Kohle bin ich mir nicht ganz sicher. Schauen wir ihn einmal gucken. Liebe Grüße an Rogon fürs zweite Abo. Hi. Danke an RobiTobi. Liebe Grüße an Flievertüt und vielen Dank fürs zweite Abo hier. Steinstraßen helfen immer genau. Das ist richtig. Wer braucht schon Bäume? Meinte Gattelgan. Unfassbar. Die armen Bäume, sie waren noch so jung. Was haben sie dir getan? Meint, fragt die YouTuber. Wir pflanzen irgendwelche, die sind noch jünger. Noch jünger. Ja, Commander Blair hatte auch recht. Die Bäume hatten gar nichts getan. Die wurden von uns in die Freiheit entlassen. Das war das Level Up. Zuerst kleine Bäumchen, die pflanzt man. Dann werden sie große Bäume. Und im Alter befördern wir die dann zum Brennholz. Das ist deren Bestimmung. Das ist wie ein, ihr kennt das vom Civilization VI Let's Play, das sagen wir mit dem Kongo. Die Apostel, die wir da haben, die sind erst dann richtig glücklich, wenn sie zu Märtyrern werden und uns da Reliquien schenken. Das ist im Prinzip das Gleiche, nur in pflanzlich. Ja, es war dasselbe theologische Prinzip steht dahinter. Also, ich hoffe, es ist genug Kohle da. Eisenkohle reicht ganz knapp. Es wird dringend Zeit für die weiteren Kohleminen hier. Sie wussten zu viel, die Bäume, meint Albert Einhorn und drohte allen hier. Dann schließen wir gleich die nächste Kohleminen hier links noch an. Die kommt hier hin. In Bierbrunnen. Ein Stahlkohle vorkommen hier, das wir noch nicht benutzen. Eines hier, das wir benutzen. Das benutzen wir noch nicht. Und das seit kurzem. Dann schließen wir das hier mal an. Wir schließen gleich die nächste auch an. Wir brauchen die alle. Ja, ist nur eine Frage der Zeit. Apropos, dann brauchen wir natürlich hier auch ein Lagerhaus. Oder reicht das bis hier unten hin? Knapp aber reicht. Kann man machen. Ist nicht perfekt, aber geht. Liebe Grüße an Obstista. Von YouTube hierher gekommen. Schön, dass du mal vorbeischaust. Danke dir. Freut mich sehr. 666 Zuschauer und Zuschauerinnen im Chat. Danke für den Hinweis. Schnell. Schnapszahl. Wer eine hat, eine BB-Tasse im Chat hochhalten. Schnaps wird ausgeschenkt von Black Panther, dem Chat-Moderator. 677, die nächste Schnapszahl, direkt der dahinter. Einen doppelten für alle. Komm, ruhig das. Schon werden es 677... Das ist ja fast noch eine Schnapszahl. Was kommt als nächstes? Leute, es ist immer noch 677. Danke an Black Panther, hat ein Abo verschenkt. Dann ups, sie ist da. An Black Panther ausgießen, ausgießen. Dann noch immer 677. Unfassbar. Alle Hohlwellen fluten den Chat hier auf Twitch. 660, aus, aus, alles aus. Deckel drauf, das war's, Leute. Deckel drauf. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Hab jetzt nur noch Mineralwasser oder Leitungswasser. Kohle wird weiter abtransportiert. Black Panther schreibt, ich mach doch schon. Bin voll dabei. Hör mal, Black Panther. Du sollst voll dabei sein im Sinne von, ich mach das, ich bin, ich mach das voll mit. Aber nicht, du sollst nicht voll dabei sein. Die sollen sich volllaufen lassen. Du nicht, Black Panther. Du musst nüchtern sein. Wenn man Alkohol ausschenkt, muss man selber nicht besoffen sein, Black Panther. Ich mach da schon voll dabei. Also echt, Matze. Du hast das völlig missverstanden hier, das Prinzip, was man hier voll mitmacht in der Situation. Also komm, ich bin erschüttert. Zu Recht. Man lässt uns hochleben. In Perlenpuff. Meiner Bescheidung, meiner Meinung nach. Völlig zu Recht. Ein Schiff ist angekommen. Alles gut. Leute, es läuft. Und sobald wir hier genug Glühbirnen haben, in Bierbrunn, pardon, in Bierbrunn, in Bullshaven, geben wir unseren Ingenieuren einen Upgrade. Die Taschenuhrenfabrik ist noch lahmgelegt. Aber genug Gold mittlerweile im Lager. Insellager, neun. Ich glaub, wir können starten. Ohrenwerkstatt, produziert. Jetzt. Bald läuft alles wieder wie geschmiert. Sehr schön. So, und dann schauen wir mal, ob wir genug Glas haben dafür. Ja, ob wir genug Quarz haben. Schön, das war auf Vorrat. Ja, alles perfekt. Wunderbar. Ich bin total begeistert. Alles funktioniert. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Jetzt warten wir noch ein bisschen ab. Dann machen wir hier das Upgrade. Wir könnten ein paar Quests erfüllen in der Zwischenzeit und oder wir könnten auch schon die Expedition starten. Na, Kap Trulorny. Denn ich will ja, also ein paar Ingenieurshäuser packen wir hin. Aber das wird nicht die Hauptstadt. Die echte Hauptstadt kommt in Kap Trulorny rein durch den DLC. Die riesengroße, dieser Halbkontinent, dieser, das ist ja gar keine Insel, das ist eine riesige Landmasse. Wie, wie Indien klebt an irgendeinem Kontinent dran und ist ein Subkontinent, ein Subkontinent in Kap Trulorny. Starten wir die Expedition? Ach komm, wir machen das. Weil der Andropathie ohne diese supergroße Insel kann ich mir schwer vorstellen. Außerdem kann man ohne diese Insel auch keine schönen Spaziergänge machen, weil es da tolle Plätze gibt für Spaziergänge. Wir starten eine Expedition. Auf den Spuren ihrer Majestät. Ich werde dann mal die alte Seekiste durchwühlen. Die Königin ist verschwunden. Soachi, mein Enten auch Soapopo, bittet sie, sie auf Land und See zu verfolgen. Und herauszufinden, was die Königin aller Welt vorhat. Wir machen das. Wenn es Apopo befiehlt, sind wir dabei. Wir brauchen Rationen, Jagdglück, Redegabe, die habe ich und Navigation, die fehlt mir manchmal. Belohnung neuer Regionen. Bin ihm natürlich dafür. Ähm, oh Gott, wie heißt das nochmal? Wir hatten doch eine Fregatte immer für solche Fälle. Neue Ziele. Die Condor. Die nehmen wir mal mit. Die ist eigentlich gut geeignet dafür. Moral intakt. Ich werde niemals seekrank. Fregatte, Kanonen an Bord, Schraps an Bord, Bretter und so weiter. Redegabe ist dabei, Navigation, Rationen durch den Schnaps. Rationen helfen, gehen wir aus dem Heilkunst. Wir machen auf jeden Fall Jagdglück. Events mit Jagdglück mit höchster Wahrscheinlichkeit. Das Events reinkommen mit Redegabe auch relativ wahrscheinlich und ein bisschen oberhalb der Basiswahrscheinlichkeit und auch irgendwas mit Navigation. Der Rest wie Heilkunst kann sein, dass es dran kommt. Eher unwahrscheinlich, aber wenn man nichts dabei hat, ärgert man sich. Gefechtskunde ein bisschen dabei, Geschick. Das Schiff selber sollte auch, die Fregatte ist ein gutes Schiff, sollte auch bei der Navigation helfen. Schnaps in Doppelrolle auch bei den Rationen. Jagdglück brauchen wir noch. Das hilft uns bei der Redegabe. Die ist voll hier abgedeckt. Ja, in der Redegabe kann man einen Haken machen. Navigation, Jagdglück. Wir brauchen irgendwas mit Jagdglück. Ich glaube, Fälle helfen bei Jagdglück, oder? Jagdglück, Fälle 20. Dafür könnten wir die Gefechtskunde mal wegnehmen. Oder schauen wir erst mal, was wir in Schiffs-Items haben, die wir in die Slots hier unten reinpacken können. Gefechtskunde 30. Redegabe 30 ist wichtiger. Gefechtskunde 25. Ja, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Dann packen wir, wir können Gefechtskunst rein, ne, packen und die Kanonen rausnehmen. Gefechtskunst 30 packen wir hier mal rein. Dann nehmen wir bei den Waren die Kanonen raus, weil die Gefechtskunde jetzt von unten gedeckt wird. Und nehmen wir hier das Jagdglück dazu. Gibt es irgendwas, was noch mehr als Fälle das Jagdglück boostet? Du weißt, ist das jemand auswendig? Ganz brauchbar aus. Im Prinzip können wir damit auch starten. Also Pelzmäntel und Fälle waren gleich cool. Da nehme ich die billigere Variante mit. Ich glaube, so kann man loslegen. Das Einzige, wo ich gerade noch darüber nachdenke, ist die Navigation, weil die unterstützen wir nur über Schiff im Augenblick. Wir könnten auch sagen, wir nehmen was raus, was gar nicht unbedingt gefragt wird, wie die Gefechtskunde, weil Gefechtskunde ist ja auch in der Fregatte mit dran. Die Fregatte liefert die wahrscheinlich auch und geht stattdessen lieber und boosten stattdessen die Navigation noch extra. Ja, schauen, ob wir ein Segel geben, wenn wir Geschick. Was ist gut bei Navigation? Die Flammen wurden gelöscht. Dampfmaschinen. 30 Navigation. Top. Ach, das ist ein Itemsockel, da geht das nicht. Dann geht das nicht. Dann ist die Idee Quatsch. Dann müssen wir alles wieder zurück. Wir könnten höchstens hier, das ist die Akku, bauen wir ja oben, die Redegabe ist sich unten gedeckt. Wir könnten auf die Hallkunst verzichten. Wir könnten Hallkunst gegen Navigation austauschen. Aber das sind auch die Proviante. Und das ist Geschick, wir können das Geschick wegnehmen. Oh Gott, jetzt habe ich das Falsche rübergeworfen hier. Geschick fliegt raus. Ach, das geht nicht, weil die Bretter voll sind. Jetzt muss ich das manuell einmal über Bord schmeißen. Wir schmeißen einmal kurz die Bretter über Bord. Die schürmen hier, denen passiert schon nichts Schlimmes. Können die, wenn ihr möchtet, auch einmal an Land, an Bord wieder nehmen mit dem Schiffchen hier. Jetzt packen wir hier stattdessen die Rationen wieder rein, den Schnaps. Also Schnaps und Hallkunst darüber. Navigation hier oben für, Jagdglück hier unten, das gibt Redegabe. Dann wollten wir die Kanonen unten, dann wollten wir ein Item unten wieder reinschmeißen, nämlich das Gefechtskunde-Item kleine Haubitze. Und startklar! Proviante bauen wir immer, schauen wir, so ist es. Schnaps ist auch Rationen. So sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Hiss die Segel, ihr Männer! Hiss die Segel, ihr Weiber! Hiss die Segel, ihr Schiffsraten, Schiffsjungen, Schiffsratten auch, alle. So, die Schiffskälber und die Schiffsbullen, alle, alle Schiffskühe auch, alle, alle Segel setzen. Aber in die Wanden. Gott, ich bin so froh, dass ich in der Zeit nicht gelebt habe. starte, dass ich über den, das wäre mir echt zu anstrengend, so angeschnauert zu werden von irgendwelchen Herrschaften hier. Es läuft, Abfahrt. Nein! Wieder zurück? Was ist denn hier los? Irgendwas ist über Bord gegangen. Was ist denn hier los? Ich war doch gerade mitgestartet. Alle Items sind wieder weg. Was ist denn hier los? Was ist denn hier gerade passiert? No, alles wieder weg. Was ist denn hier los? Nochmal starten auf den Spuren ihrer Majestät. Schiff zuweisen. Einmal Condor. Wo ist der Schnaps gelandet? Meuterei wird im Chat geimpft. Schnaps wieder rein. Schnaps war schon da. Was hatten wir? Ich habe alles wieder durchgenommen. Was ist denn hier los? Fälle wollten wir reinpacken. Fälle, Schnaps, Gefechtskunde, Item. Nein, das ist ja alles wie eben wieder. Das ist ja alles wieder durcheinander geraten hier. Das sollte raus. Das kommt hier hin. Was war oben das dritte? Das ist ja echt erschütternd hier. Es ist alles wieder durcheinander. Alles wieder total konfus hier. Dampfmaschinen, danke an Chamway. Dampfmaschinen hier hin. Navigation, Heilkunst und Rationen, Jagdglück. Ja, jetzt haben wir es wieder. So wie eben. Ich hoffe, jetzt passt alles. Fälle sind drin. Ja, alles gut. Es liegt am Schnaps, da die Verwirrung meinte Albert Einhorn. Ich versuche es nochmal. Und die erste Expedition starten bitte. Jetzt hat es geklappt, Gott sei Dank. Ich dachte schon, was ist denn hier los? Rammt noch ein anderes Schiff bei der Abfahrt? Aufbruch in neue Welten. Mann, Mann, Mann. Dark Raven meinte, die Schiffe würden in diesem Menü nicht beladen. Das wird nur eingestellt und dann fahren die zum Kontor. Das wäre mir neu. Also wir haben es ja gerade auch über das Menü gemacht. Da kann es nicht liegen. Wir hatten es gerade technisch vom Ablauf auf dieselbe, auf die gleiche Weise nochmal gemacht.